Da ist noch einer. Wo siehst du ihn? Direkt neben dem Laster. Siehst du? Feuer! Aus! Ich habe halt keinen fucking Scheil-Empfer drauf, Junge. Die suchen Deckung! An der Scheune! Geh in Position! Alter, warum? Ich denke, auch gewinnt jetzt raus. Fest geneigt. Sekunde, ich hole dich raus. Da, beim LKW. Fest Feuer! Das Gericht aus der Kontrolle! Gegner auf dem Patron! Leichtes FG! Die Sache hier entflankt uns langsam! Bei einem LKW! Wie ist denn das? Auf der Weg! Ich weiß, dass du getroffen bist. Ich glaube nicht, dass du die FG zum Schlafen hingelegt hast. Geh in Deckung! Was war der Mann? Ich mach's dir an scharf! Wir sehen uns auch. Wir sehen uns noch locker! Na ja, ich muss ja ein bisschen ... Ist jetzt hier drin. Ja, mein das immer ... Ich habe das jetzt hier drin. das kann nicht gut gehen hoffen wir, dass jemand schnell genug kommt um uns hier rauszuholen mit TKP ziel erledigt ja noch so ein paar Schüssen in den Rücken jaja alles ganz easy würde ich sagen alles easy junger mensch vielleicht das geschützt ist schon kaputt geschützt granate fliegt ziel erledigt schlagt nur solange sie verwirrt sind das mg ist schon kaputt hier die die sie schlagt Erkennst du was? Hoppala, da ist noch jemand in dir. Ich lerne nach. Rechts von uns. Es ist ein Schütze. Boom, baby. Das ist gesessen, Digga. Schaut nach rechts. Gegner auf der Treppe. Bewinst dich! Kontakt nicht! Ich bitte fest! Ich werde so viel programmieren, wie sie wollen. Ich bin verdammt nochmal unsichtbar, du dummes Arschloch! Haben wir uns nicht verstanden? Zieh dir, nehm dich! Ah, verdammt noch eins, ja! Ich bin da! Ich bin da! Tarnung aktiv! Kontakt! Vorsicht! Gleich entdecken sie dich! Kontakt! ein Schützer 12 Uhr die Hosen voll scheiß im Lusk um mögliche Kumpel Kumpel hier weitere Gegner zur Linken Arbeiten ich sehe noch ein direkt voraus das war's zwei Ziele markiert Ziel 3 sag wann gib das Zeichen bin bereit gleich geht's rum bewegte sie bewegt sich da hat es mir sagt dass ich mit meiner Waffe keine Panzer zerstören kann aber sie ist ja zufall so wild ab 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 er hat die Mauer ja so er hat die Mauer eingerissen das ja nach ich stehe hier ich lege hier das leader ich lege hier du dummer und besser jetzt legt mich doch am Arsch leck mich doch am Arsch das steht ja das ist typisch diese Welt immer nur weg gucken da liegt einer am Boden scheiß da und drauf ich sehe ich habe damit nichts zu tun es geht mich nichts an das sind nicht meine Probleme die Art danke scheiße da halte die Köpfe unten lege in Bewegung falle direkt wieder auf meiner Position da ist doch verdammt die scheiße ich sehe leider fucking überall sie kommen von der Seite sie kommen von der Seite eine Minute Aua wir werden wir werden jetzt 2 Uhr, Vorsicht von links! Sie sind auf dem Gerüst! Leichtes MG! Wir sind in die Oberhand gerichtet! Lieber ein Volumen auf, die kommen von der Seite! Ich zieh uns! Bring it up, get up! Wir müssen nicht durch, sind wir tot! Oh, das wird knapp! Laufsunterstützung in Reichweite! Den Panzer markiert! Unser von dem Panzer! Unser von dem Panzer! Unser von dem Panzer trefft man nochmal! Das zeichnet uns! Danke! Runter! Runter! Nein! Atta, hören Sie mich! Oh Gott, es hat gewirkt! Hunter kommt rein! Jetzt sind wir fertig! Da ist wohl nichts mehr zu machen! Schade, dass wir das nicht auf Video haben! Ah, mal wohl die Scheiße gerockt, Digga! Versetzen! Das warten wir ein bisschen länger ab! Gut, das war jetzt endlich mal diese Mission! Ich muss noch ganz ehrlich sagen, eine Stunde, zehn Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht! Aber, es reicht jetzt auch für mich schon wieder! Und deswegen muss ich mich jetzt verreicht, für euch, bei euch, verabschieden! Wie immer, schon ist in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online und bitte seid nicht allzu böse, dass kein Video zum Kost, äh, zu Collegy gekommen ist. Das ist, nächstes Jahr dafür. Okay! Tschüss! 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 Tschüss!